Hallo und herzlich willkommen hier bei Infofood, Koch- und Backwettbewerb für Kinder und Jugendliche im Dr. Wolf Jugendhaus. Bevor ihr eure Aufgaben bekommt, müsst ihr wissen, dass ihr auf bestimmte Kriterien achten. Dazu gehört eure Teamkommunikation, das heißt wie gut ihr im Team arbeitet. Und natürlich wie lecker der Geschmack, eure Gerichte, die ihr zubereiten müsst. Und ihr bekommt genau dieselben Aufgaben, das heißt es kommt glücklich auf eure Fingerkerne. Es steht dann, wie gut ihr das am Ende hinbekommt, wie gut es spielt. Dann die rote Beete schälen und fein würfeln. Knoblauch schälen. Die rote Beete schälen, das können wir alle zusammen machen. Musik 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 Bist du fröhlich lang schon zweimal in die Hand? Bist du fröhlich lang schon zweimal in die Hand? Musik Aber dann! Da hättest du eine Schwester! Hi, ich bin Lelo! Wir sind endlich am Ende unseres Tages angekommen, wir werden jetzt zu dritt eure Gerichte bewerten. Wir probieren jetzt erstmal und dann können wir alle gemeinsam essen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020